Musik Meine Erwartungen sind, dadurch, dass der geilste Laden überhaupt in Kampen ist, dass die Party einfach super wird und dass wir heute Abend richtig viel Spaß haben werden. Musik Big Launch & Pony, geile Party, geile Frauen. Wir sind eigentlich jedes Jahr hier. Ja, das ist das 15. Mal, glaube ich, oder das 16. Mal dieses Jahr. Und das hat sich jetzt mittlerweile so rumgesprochen und mir gefällt das auch persönlich, weil, ich meine, wir sind in der Urlaubsinsel und es gibt auch in den Urlaub nichts Schöneres, als ich weiß, anzuziehen, oder? Und es sieht edel aus. Das Wetter spielt natürlich mit. Dieses Jahr, wir haben Glück. Und ich bin ganz begeistert nach wie vor. Musik 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 Und da mache ich im August nochmal eine Motoparty, da sind wir uns auch nicht ganz sicher welche. Da müssen wir uns auch eine kleine Sauerei ausdenken. Aber wir werden mit Sicherheit im August auch nochmal zwei große Motopartys machen. Das machen wir kurzfristig. Musik 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 Und nochmal Danke an meine Mitarbeiter, weil ich habe sich von heute Morgen um 11 Uhr bis 18 Uhr gequält, obwohl wir gestern alle gut drauf waren bis 6 Uhr morgens oder bis 5 Uhr morgens, wie du weißt. Und die waren alle um 11 Uhr hier und da muss ich nochmal besonderen Dank sagen an meine Mitarbeiter. Musik 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 Musik